Nicolo Machiavelli lebte von 1469 bis 1527 in Florenz und wurde durch seine Tätigkeit als Politiker, Diplomat und Schriftsteller bekannt. Sein erstes Buch, Discordi und besonders sein Werk El Principia, zu deutsch Der First, gelten noch heute als bedeutende und höchst diskutable Veröffentlichungen der Politikwissenschaft und Staatstheorie. Machiavelli lebte und wirkte im Zeitalter der Renaissance und orientierte sich gemäß dem Zeitgeist an der römischen und griechischen Geschichte. Seine Idee des Kreislaufs der Staatsformen, sein staatstheoretisches Modell entstammte der griechischen Antike. Was genau es mit dieser Theorie auf sich hat, warum sie so kontrovers diskutiert wurde und welche Bedeutung das Modell hat, das alles erfährst du jetzt in diesem Video. Sein Staatskreislauf sieht genau so aus. Keine Angst, wir gehen dieses Modell Schritt für Schritt durch. Um die Theorie bestmöglich nachvollziehen zu können, betrachten wir die Monarchie als erste Staatsform des Kreislaufs, wobei Machiavelli den Monarchen als Fürst bezeichnete. Der erste Fürst erreichte seine Position durch sein Können und Geschick und regierte das Land im Sinne seiner Bürger. Doch da die Nachfolge des guten Fürsten durch eine Erbfolge bestimmt werden, kommt es früher oder später dazu, dass Erben ausarten. Im Zuge der Abkehr von der Tugend und der Hinwendung zu Prunkt und Eitelkeit beginnt das Volk, sich von dem Fürsten abzuwenden. Der Fürst bemerkt dessen Unzufriedenheit und beginnt sich vor dem eigenen Volk zu fürchten. Aus der Angst um seine Macht setzte er gegen Proteste und Kritik des Volkes Gewalt ein. Der Fürst entwickelte sich zum Tyrann und wurde als Herrscher vom Volk abgelehnt. In der als Tyrannis bezeichneten Staatsform kommt es aufgrund der egoistischen Regierungsweise des Fürsten zu Meutereien. Zudem bildeten sich Verschwörungen gegen den Tyrannen und letztlich kommt es zum Umsturz. Dieser wird jedoch nicht von der breiten Masse des Volkes geplant, sondern von den, so Machiavelli, edelmütigsten, hochherzigsten, reichsten und vornehmsten. Historisch wird unter dieser Beschreibung entweder der progressive Teil des Adels oder das aufstrebende Bürgertum verstanden. In Machiavellis Theorie handelt es sich um eine Gruppe gut gebildeter, im Volk angesehener und reicher Menschen, die sich gegen das schimpfliche Verhalten des Tyrannens stellen. Das Volk unterstützt den Umsturz des Tyrannen und die Macht geht daraufhin an die Gruppe über, die den Umsturz angeführt hat. Diese Gruppe, der edelmütigsten und hochherzigsten, regiert das Land zunächst zum Wohle des Volkes. Diese positive Form der Herrschaft wird bei Machiavelli Aristokratie genannt. Dabei handelt es sich um die Herrschaft einer kleinen Gruppe, die aus ihrer eigenen Mitte eine Regierung bildet und Gesetze erlässt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Diese Aristokraten verwalten also die Interessen der Allgemeinheit möglichst gewissenhaft und gerecht. Jedoch wird auch in diesem Falle die Regierungsgewalt vererbt, wie zuvor beim Alleinherrscher. Die Nachkommen wissen die bürgerlichen Rechte kaum zu schätzen, schränken sie daher vermehrt ein und regieren zum Eigennutz. Es entsteht eine Oligarchie, das heißt eine Herrschaft der Wenigen zum eigenen Wohle ohne Berücksichtigung des Volkes. Gegen diese Unrechtsherrschaft der Oligarchen lehnt sich das Volk auf und zeigte Bereitschaft, die herrschende Macht revolutionsartig zu beseitigen. So geschieht es, dass sich das Volk früher oder später hinter einem Revolutionsführer vereint und gemeinsam die Oligarchen stürzt. Infolge der negativen Erfahrungen mit der Herrschaft weniger und der negativen Vergangenheit mit der Herrschaft eines Einzelnen beschließt das Volk, sich in Zukunft selbst zu regieren. Diese Volksherrschaft erfährt, wie alle neuen Herrschaftsformen, zu Beginn einigen Respekt. Doch Ehrfurcht und Dankbarkeit schlagen schon bald um, da die Menschen vergessen, welche Vorteile sie durch die Volksherrschaft im Vergleich zu den vorangegangenen Systemen erfahren. Ohne das Bewusstsein für den Wert der Herrschaft des Volkes kommt es zur Zügellosigkeit der Menschen. Immer häufiger kommen sowohl Privatpersonen als auch Amtsträger zu schaden, die Volksherrschaft wird zur Anarchie. Es kommt zu Leid und Unrecht, da die Menschen ihre Freiheit und ihre egoistischen Interessen ohne Rücksicht auf die Rechte anderer ausleben. Ohne starke Autorität, die individuelle Handlungsfreiheit beschränkt, versinken die Menschen im Chaos. In der Anarchie kämpft jeder für sich alleine und mehr und mehr Menschen kommen zu Schaden. Letztendlich wird das Verlangen der Menschen nach erneuter Sicherheit und Stabilität so groß, dass sie sich notgedrungen hinter einem starken bzw. redlichen Mann vereinigen, der ihnen Stabilität und das Ende der verhassten Anarchie verspricht. Folglich schließt sich der Kreislauf der Staatsformen Machiavellis mit der Rückkehr zur Herrschaft eines Einzelnen. Dabei kann es sich um eine Führerdiktatur oder eine Monarchie bzw. Fürstenherrschaft handeln. Die Erben dieser Alleinherrschaft werden sich erneut in Tyrannen verwandeln. Neben dieser düsteren Prognose, dass jede Staatsform früher oder später vergänglich sei, sagt Machiavelli außerdem, dass diese Umwälzungsprozesse auf Dauer den Staat an sich gefährden. Vielen Staaten fehle die Lebenskraft, also die innere Stärke und nach mehreren derartigen Umbrüchen gehen sie zugrunde. Denn ein Staat ist während einer Revolution oder einem Machtkampf besonders angreifbar und läuft Gefahr, von äußeren Mächten besetzt zu werden. Was also ist in einer modernen Demokratie nötig, um sich vor systematischen Umwälzungen und dem Kreislauf der Staatsformen nach Machiavelli zu schützen? Erstens muss in einer Verfassung eine eindeutige Kontrolle der Staatsmacht verankert sein. Dazu gehört die Teilung in drei Gewalten, mit einem starken Verfassungsgericht und die Bindung der Regierung an eine Parlamentsmehrheit. Jedoch gehören zu dieser Kontrolle auch die Freiheit der Meinung und der Presse. Die Medien als vierte Gewalt im Staat leisten durch ihre journalistische Arbeit einen entscheidenden Beitrag zur Kontrolle der Staatsmacht. Ein zweiter Aspekt ist die eindeutige Bindung der Staatsgewalt an Recht und Gesetz. Keine Regierungsmacht darf über die Gesetze hinweg handeln, damit Korruption und Machtmissbrauch verhindert werden. Zudem ist das Recht auf Widerstand ein entscheidender Aspekt der Wehrhaftigkeit einer modernen Demokratie. Im deutschen Grundgesetz ist es in Artikel 20 Absatz 4 verankert und lautet folgendermaßen. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe unmöglich ist. Diese drei Regeln, Kontrolle der Staatsmacht, Bindung der Staatsgewalt an Recht und Gesetz und das Recht auf Widerstand sind Grundpfeiler einer modernen, wehrhaften Demokratie. Das Recht auf Widerstand haben wir euch bereits vorgestellt. Wisst ihr denn, in welchen Artikeln des Grundgesetzes diese Regeln noch verankert sind? Falls ja, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.